Herr Mager, Pitorinia wird ja in Kobold überall getrunken, wie in den Summerfestivals. Wie macht denn ein Profi eine Pitorinia? Ja, der Profi bedient sich dieser Profimaschine, einer Kaipimax Speedy High. Ich darf Ihnen das kurz vormachen. Sie legen die Pitumette hier in das Schneidegerät rein, Glas drunter. Und die Pitumette ist geachtelt. Dann wird hier mit zwei schnellen Stößen oder auch dreien der Saft herausgenommen, eine optimale Saftausbeute. Wir geben drei Teelöffel Zucker drauf, geben Crushed Ice auf den Zucker und den Limettensaft, geben 5 Cl Pitorinia in das Glas und rühren dann um. So, einmal noch abtopfen mit Crushed Ice und schon ist die Piturinia fertig. Strohhalm. Wohlbekommens. Wohlbeid. 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 Untertitelung. BR 2018